Willkommen zurück zu Mario Kart 8200! Blauer Shy Guy von mir aus. Obwohl hatte ich schon das letzte Mal den blauen, ich nehme einfach eine andere Farbe. Äh, grün. Passt. Dann behalte ich das so und ich gehe in den Blumenkarp. Los geht's. Ganz schnell. Blumenkarp, Marios Piste. Das stelle ich mir in 200 CCM gar nicht mal so schön vor. Mal sehen, ob sich meine böse Vermutung bewahrheitet. Weil diese Strecke ist ja quasi ein einziger Korb irgendwie. Oh, oh, Goombas. Aber immerhin das hat bis zu her geklappt. Nein, Birenia Pflanzen. Ich glaube, man ist viel zu schnell, dass wir einen gar nicht kriegen können hier. Kann das sein? Nein, ich weiß es nicht. Oh Gott, bin ich schnell unterwegs. Es ist jedes Mal aufs Neue eine interessante Erfahrung, so schnell zu fahren hier. Oh, oh. Der hat mich an überholt. Was? Ein Stern auf dem zweiten? Oder auf dem dritten? Wenn du hinter mir bist. Der hat den Panzer nach vorne geworfen. Link, bist du behindert? Du bist genauso grün wie ich. Ein bisschen dunkelgrüner vielleicht. Oh, nein. Nein. Der wollte auf mich schießen, obwohl ich schon in Trance war. Das finde ich gar nicht nett von dir. Und was bringt mir das hier bitte? Kann ich es dir nicht verraten? Soll ich noch schneller werden? Ja, das scheint eine gute Idee zu sein. Wie viel das wirklich abgekürzt hat? Ich bezweifle, dass es fehl war. Oh Gott. Bleib ich da gebremst übrigens. Oh yeah. Wah, ich seh nix. Wah. Wenn der jetzt irgendein Gumma auf der Straße ist, dann bin ich aber... Warum werfe ich den Panzer nicht weg? Das schützt mich doch gar nicht richtig. Aber es sieht gut aus, es sieht gut aus. Yes. Wow. Das war turbulent. Ich war angespannt. Das hat man vielleicht gemerkt. Nächstes Rennen. Blumenkarp. Tauts Hafenstadt. Man glaubt es vielleicht gar nicht, aber man ist hier richtig angespannt. Finde ich. Und hier wird es bestimmt nicht besser werden. Aber los geht's. Wir werden es hier sehen. Oh Gott. Okay, dann nicht rüberspringen. Ich hab's gemerkt. Weil mal dann fällt man ins Wasser, weil man zu viel Schwung hat. Alles klar. Nicht gut. Warum fahre ich hier unten lang? Oh, muss viel besser. Na egal. Ich hatte drei Bananen. Wie genau hat mich das getroffen? Ich hab die drei Bananen übrigens immer noch. Da unten hat's grad irgendwen erwischt. Das ist gut. Ui. Und da bin ich wieder. Aufwärtsen. Wo und wie hoch man springt. Das ist abnormal. Oh Gott. Ich bin vorne. Hilfe. Ich bin vorne. Ich fahr jetzt hier lang, weil das taue ich mich nicht mehr. Gib mir mal ein paar Münzen, während er daneben fährt, sagt er es. Ah. Hier hoch. Was sollte schon schief gehen? Oh. Ich bin die ganze Zeit gegen meinen blöden Mikros. Tut mir wahnsinnig leid. Ja. Zum ersten Mal in diesem Part. Aber vor zwei Parts oder so bin ich auch hingekommen. Ich erinnere mich. Ihr wahrscheinlich nicht mehr, weil es vielleicht schon wieder ewig her ist. Oh, der hat ihn gar nicht gesehen, den Part. Und guckt nur diesen an. Böser Blick. Na, okay. Ich bin dort voll konzentriert und fahr deswegen gegen die Wand. Scheiße. Ich hatte gerade so einen schönen Vorsprung. Was mache ich denn? Dass ich immer noch Erster bin, ist ein Wunder. Irgendwann konnte ich die Abkürzung jetzt halbwegs gut nehmen. Halbwegs sicher. Und ab ins Ziel mit mir. Jahuu. Ja, du kannst dich sehr gut freuen, mein grüner Schallgei-Kumpel. Es geht auf die dritte Strecke, was glaube ich Buhu war. Blumenkarp. Grusel-Wusel-Villa. So schnell wie wir hier gleich durchfahren, werden die Buhu sehr Angst vor uns haben, als wir vor ihnen. Aber das ist nur so eine Sache, die ich nebenbei mal erwähnen wollte. Koopa. Verpiss dich aus meinem Gesicht. Ich mag dich doch jetzt nicht. Nur wenn ich dich fahre, bist du gut. Oh, ist okay. Oh, oh. Oh Gott. Oh, shit. Oh, fuck. Goddammit. Deswegen sind wir beinaheinander hin. Wollen wir keinen Schutz haben? Ah, das ist gut. Obwohl, nee, war nicht gut, weil der andere war auf der anderen Strecke und ist natürlich nicht getroffen. Das ist ja voll die Jod. Oh, Gott. Da musst du dich auch gerade am bremsen. Nein. Ja. Willst du mich noch mal ein paar Mal treffen? Willst du mich noch mal verzerstampfen? Fick dich. Ich dachte schon, ich habe da gerade die Itemkästen verpasst und dann kriege ich eh nur eine Münze. Also von daher wäre es auch egal gewesen. Alter. Das ist gar nicht gut. Was mache ich denn hier gerade? Fick dich. Was hast du davon? Wenn du mich nicht getroffen hättest und mich nicht überholt hättest, jetzt hätte der einen Münze anders getroffen. Aber so sehe ich das überhaupt nicht ein. Koopa ist vorne. Das kann ich nicht zulassen. Schieß mal die... Schieß es mal ab, was du da hast. Ach, so ein Pilz. Du darfst mich nicht überholen. Hallo, warum hast du dich nicht getroffen? Du kannst doch kein neues Item gehabt haben. Aber das ist gut. Das ist gut. Ich bin fast wieder vorne und jetzt bin ich richtig stark. Nämlich gegen die Wand presche. Komm, gib mir nochmal was Gutes. Bitte. Nein. Doch nicht so einen Scheiß. Was will ich denn damit? Oh, das ist gut, glaube ich, für mich. Ja, ist es. Voll unverdient, aber. Ich bin noch Erster geworden. Yay. Ich freue mich. Weiter geht's. Ich grinse gerade. Es ist schön. Bloom Carp. Shy Geist Wasserfälle. Bisher hat mir ja Heimvorteil mehr Pech als Glück gebracht. Mal sehen, wie es diesmal so ist. Ich hoffe, alles wird gut. Nein, nicht mich schubseln. Lakito. Was war das denn? Wow, das war gut. Ja. Guter Start, würde ich sagen. Ludwig! Du kleiner Bengel, du. Oh. Nein, warum benutze ich den denn hier? Immer kann ich hier oben lang. Oh, drei Grüne, äh, Rote, das ist gut. So. An mir kommt erstmal keiner vorbei. So. Fick dich! Jetzt trifft mich bloß nicht mit dem Scheißbum rang. Nein. So. Jetzt du da vorne. Am besten in der Luft. Okay. Ist gut bisher. Man kann ihn wirklich gut wieder aufholen hier. Mal sehen, wie es in der letzten Runde wird. Und die entscheide ich ja, kann nicht alles. Das mache ich eigentlich in dieser Kurve dreimal hintereinander. Oh oh. Wow, warum werfe ich lieber... Nein. Also man kann sie doch dreimal werfen. Ich wusste es. Weil sonst wäre es nicht zurückgekommen da eben. Oder es ist halt wir anders geworfen, aber das glaube ich nicht. Oh, ich habe irgendwie mit irgendwas getroffen, das ist gut. Jetzt kein Bullshit mehr. Einfach ein Ziel, einfach ein Ziel, einfach ein Ziel, einfach gut. Gut, gut, alles gut, alles schön, alles wunderbar. Ich mache eine Party und ab geht zur Siegerehrung. Ha. Puh. Warum zeigen die das? Aber... Aber... Drei neue Sterne für mich. Yay. Party. Party, 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 Hard. Hier ist die wunderschöne Gold Trophäe, wie es sich gehört. Und das war's für den Part. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit dem Bananen Cup, glaube ich. Ja, bis dann und tschüss.